so hi da sind wir da ich hoffe es funktioniert jetzt so ich hoffe so ja gib mir mal mein mensch schritter zeug hier was hast du noch eigentlich gehabt hier insofern spitzhacken hatte ich nicht doch eine bei mir drei sparten war richtig drei eisennacken drei schwerter ok um mein brot ich hab mir doch dein brot schon ach so ne warte würde ich mal sagen obi auf jeden bleiben wir mal hier in dem sumpfgebiet erst mal das ist überhaupt nicht groß das merke ich gerade ich will noch ein bisschen hier dschungel warte mal ich will mal diese ganzen dinge einsammeln dschungel also wenn du diese leisten die dinge überhaupt serosenblätter findest sammeln ja mache ich pc nehme ich auch mal mit ein süppchen draus machen da müssen wir mal schädchen dann machen wir uns halt schädchen aus leben bis dieses karte hoch her ich weiß nicht wo du bist den hügel hier ich gehe jetzt dahin wo ich dich das letzte mal gesehen habe da bleibt mal da mal hier rechts hoch ja bitte attacke was soll was anderes verstanden was hast du weist dann das wort mit k nein ganz schön viele schweine kommen schlachten man nennt mich auch den schlechter den schlechten schade dass es kein schafsfleisch gibt hier ja nur eine rolle kommst du ja gibt es ganz viele schar schweine sieg total viele ja das war mein schwert das zweite schwert war was hast du mir für schwerter ich schlage ich schlage auf den schweren auf mich schlag auf den schwert nicht ist direkt kaputt da schwein und kuh ich nehme noch ein bisschen lehm mit äh lehm nimm mal mehr mit das ist richtig das wäre cool so dele wo bist du warte ich bin wieder abgeglitten ich bin der schneelandschaft jetzt ich auch wieder da ist ne wüste ja aber wo bist du richtung wüste gleich ne 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 äh schnee geh mal zwischen schnee und wüste wo zeigt deine kompassnadel hin wenn du zur wüste schaust wenn ich einen kompass hätte würde ich sie sagen ah hier wow haben wir ja quasi fast alles hinten ist noch ein urwald ich nehme noch ein paar karakteren mal mit ja einfach so aus spaß weiß kann weil es kannst ja weil ich sie anfassen kann sicher ach ja es wird wieder dunkel hey was hazel hey ne sandburg ne hab mich vertan das sieht aus wie ne sandburg ja was das sieht wirklich aus wie ne sandburg ist aber keine aber nur sandberg aber krass was ist denn das für ein gestein normales oder keine ahnung also sehr schön ja sieht gut aus komm wir gehen mal drauf ich wollte eigentlich nicht drauf gehen ja ich habe auch kurz inne gehalten so ...moment ähm falsche wortwahl komm wir gehen einfach drauf Jaa ich höre schon wieder ogo Bluu jaja ich mag die alle nicht Die, die ich auch nicht. Und hier eine grüne Fläche. Hühner. Komm, wir gehen mal hier oben. Hühner. Ähm, wir wollten eigentlich hoch. Ja, erst würde ich Hühner. Ja, aber die bringen dir ja nichts. Fleisch und Federn. Und mit jenen Federn kannst du... ...Pfeile basteln. Das stimmt. Komm, wir gehen mal drauf. Den Schuh jetzt einfach mal zu. Da warte dich oben, Han Solo. Ich wüsste wo, Alter. Ich bin auf dem Jipfel. Yeah. Oh, eine Agare. Du kannst von hier... ...in alle... ...hier, Schnee, Gras... ...hinten noch Sumpf ein bisschen. Krass. Und Wüste. Genau, du hast hier quasi alles nebeneinander. Ja. Das ist ein schöner Seed. Oh Gott. Was denn? Ähm, hast du... Mach mal bitte deine Sicht etwas weiter, damit du mal ein bisschen weiter sein kannst, so wie ich. Option Grafikeinstellung. Gering, winzig, weit. Weit. Ich glaub da... Ich hab das falsche, äh, Dings drauf. Ach, hast du Java 64 Split nicht? Nee. Ja, dann lass es trotzdem weit und dann kannst du später einfach Java 64 Split installieren. Das ist gut. Ja, bloß bei mir kackt er denn vorher ab. Nee, macht er nicht. Mach da wohl. Nein. Das hatten wir ja schon öfter. Nee, macht er nicht. Äh, so. Ist dir schlecht? Hast Höhenangst? Gehen wir runter? Erst geh mal drauf, dann geh mal... Ja, direkt war was Essen aus Frust. Nee, nee, meine Brötchen waren nicht mehr voll. Deine Brötchen? Ja, meine Brötchen waren nicht mehr voll. Wo willst du denn jetzt hin? So, Angriff, Angriff! Uah! Was ist das? Spinne war das. Oh, Höhle! Da, uah! Ja, das ist eine Höhle, du hast recht. Schön, dass ich keine Fackeln hab. Ich hab welche. Ja, meine. Nee. Klar. So, dann mach ich dir mal Licht. Oh, oh. Ach, ist eine Kuh. Bin ich voll? Ich bin voll! Ein Spawner! Wart, wie, wo? Ich jetzt? Ja, komm! Ja, komm! Hier, komm! Musst du die Kuh bringen? Ja. Boah, und Blubber, Blubber, Blubber. Nicht sterben, nicht sterben! Ein Spinsbohrner auch noch. Hey, Eimer, Brot. Hey, Weizen. Ich kann nichts mehr tragen. Kakaobohnen! Das ist gut. So, den Rest lassen wir hier. Was hast du da? Äh, Kies. Dann nehm ich noch den Sattel mit. Wow! Ey. Wieso spawnen die? Die dürfen das nicht. Boah, der blubbert hier so extrem. Ihr macht jetzt nicht alles hier kaputt. Oh, das ist Eisen. Ich meinst, was ich hier gerade, äh, farme. Obwohl ich keinen Platz dafür hab. Scheiß Spinnung hier. Wow, 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 wow. Ah, deswegen blubbert das so. Ah, nicht nur von der Rinn. Ne, das brauchst du ja nicht. Bisschen hell bleiben. So, dann, warte, wie markieren wir das dann eigentlich? Kannst du mal bitte hoch an die Oberfläche? Und ich boh mich mal hier durch. Ja, warte. Ich geh mal hoch an die Oberfläche. Du siehst ja meinen Namen dann. Und du bohrst dich dann mal da durch. Das war meine Idee. Wollen wir das mal so machen? Oh, da ist Lava über mir. Das ist anscheinend nicht so gut. Oh, da ist eine Kuh über mir. Eine Kuh. Ja. Wie schlimm. Ähm, du, ich kann hier nicht hoch. Ich glaube, das Licht hier... Warte mal. Das ist ein Lava-Sie hier direkt. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Bleib mal. Stopp, stopp. Bleib doch mal stehen. Lauf weiter, du Ochse. Also, ich sag, bleib stehen. Ich geh auch zurück. Du Ochse. So. Warte, ich hab hier gerade geringfügige Probleme mit deinem Zombie. Äh, wenn du geringfügig ist, dann fügt dich. Fügt dich. So, wenn ich jetzt genau über den Dings gehe. Über deinen Namen. Du kannst es nicht, oder? Ich find deinen Namen nicht mehr. Ja, weshalb? Ich höre es blubbern. Richtig, und wenn du runter gehst, dann ist genau direkt da unten See. Okay. Ich seh dich. Komm mal hoch. Ich hab bloß Probleme gerade hier. Ich höre, ich höre einen Andy hier hinter mir. Andy? Andy Warhol. So, hier war dein Name. Ja, ja. Oh, da ist eine XP-Kugel. Oh, ein Andy. Schau ich ihn nicht an. Also. Was machst du? Bist du denn völlig bescheuert? Nein. Wieso bost du hier was rein? Na, weil ich eigentlich runterfahren wollte. Bescheuert. Das ist ja clever. Das ist ja clever. Was du hier machst. Du bist echt bescheuert. Ernsthaft. Hey. Ich hätte alles verlieren können. Wieso lachst du denn? Na, boah, doch einfach tiefer, du. Da ist Lara unter mir. Ja, ich hätte, wäre fast reingefallen jetzt. Ja, schön für dich. Ne, so schön ist das nicht. Ich bin jetzt da, du kannst runter. Ne. So, ich muss mal eine kurze Pause. Wo runter? Ich muss mal eine kurze Pause einlegen. Ja. Ein technisches Problemchen hier. Okay, warte, ich gehe nur noch. Ich bin gleich wieder da. Ja, gleich wieder da. Wir machen dann beide. Wir sind gleich wieder da. Genau, tschüssi. Bis dann, tschüss.